Was ist die virtuose Cellistin? Noch nicht ausgepackter Still haven't unveiled my gift. Und ebenso ist es mit dem Schreiben von Büchern. Jeder von uns schreibt ständig welche im Kopf, ohne dass er, ohne dass sie sich gleich an den Schreibtisch setzt und loslegt. Jeder, so sagt Ishiguro, kennt einen Schriftsteller, der bisher einfach noch keine Zeit gefunden hat, einen Roman zu schreiben. Denn unweigerlich erzählen wir uns unsere Lebensgeschichte und die Geschichten der Menschen um uns her wieder und wieder, erzählen sie um und neu, um uns unsere Selbst zu versichern. Wir sind von Natur aus Autoren, sind Erzähler im Verhältnis zu uns und der Welt. Schriftsteller sind meist weder bessere Beobachter noch besitzen sie eine größere Vorstellungskraft als andere Menschen. Sie haben sich ihre Vorstellungskraft lediglich zum Beruf gemacht und sie daher verfeinert. Sie kultiviert, kultiviert zu dem Instinkt, einem Publikum eine hoffentlich szenen- und sinnenstarke, lebens- und existenzrelevante Geschichte erzählen zu können, die uns die Welt neu wahrnehmen lässt. Mit den Augen Otessa Moschwex, Elena Ferrantes oder Don DeLillows. Es sind im Grunde nicht mehr als drei Voraussetzungen nötig, um sich an die Arbeit an einem Buch zu machen. Erstens, dass man eine starke, genau durchdachte, spannende Handlung hat. Dass man zweitens den unbedingten und leidenschaftlichen Wunsch hegt, dieses Buch zu schreiben. Ein Müssen, das sie jedem Satz des Buches wie ein Wasserzeichen aufprägen wird. Und dass man drittens der Überzeugung ist, man sei der Einzige, der dieses Buch auch schreiben kann. Der Rest ist Fleiß, Lebenshaltung und Handwerk. Handwerk, also das, was englischsprachige Autoren mit einer gewissen Gaumenfreude Kraft nennen. Handwerk ist die Fähigkeit zu wissen, aus welchem Blickwinkel man eine Geschichte erzählt, der ersten, zweiten, dritten Person, ich, du, er, slash, sie. So hat David Foster Wallace seine Erzählung für immer ganz oben, forever overhead, in der Du-Perspektive verfasst. Ebenso Wladimir Nabokov seinen Memoirmanns Erinnerung, sprich Speak Memory, den er an seine Frau Vera richtete. Handwerk, Handwerk ist die Perspektiventechnik des Personalen und des Auctorialen perfekt zu beherrschen. Das heißt, von einer Figur aus Personal oder wie ein Gott von oben auctorial zu erzählen. Jennifer Egan hat es in dieser Technik zu einer solchen Meisterschaft gebracht, dass sie in Manhattan Beach sogar in einem einzigen Satz glaubwürdig die Perspektive von Personal zu auctorial und zurückwechseln kann. Und Theodore Dreiser versetzt uns in ständige Unruhe. Wenn er in Sister Carrie, Carrie Mieber, Gefühlstiefe unterstellt, sie dann aber meist taktisch und gefühlskalt agiert. Dieser Perspektivenwiderspruch war 1900 revolutionär und ist es noch heute. Handwerk ist dabei zu wissen, dass eine Figur wie Carrie Mieber, die man erfunden hat, nur auf einem ganz bestimmten Niveau denken und sprechen kann. Bei William Faulkner denken selbst Analphabeten so, als hätten sie den ganzen Wortschatz Faulkners intus. Okay, denkt man sich, okay, wir sind eben bei Faulkner gelandet, nehme es hin oder nehme es eben nicht hin. Anders und wahrscheinlicher geht es bei Anton Tschechow zu. Wenn Tschechow schreibt, der Schrei eines Vogels habe geklungen, als seine Kuh die Nacht übereingesperrt gewesen, dann denkt er wie einer seiner Bauern aus seiner gleichnamigen Erzählung, die Bauern. Der Vergleich ist der Gefühlswelt der Figuren entnommen und ihnen nicht, wie bei Faulkner manchmal, aufgezwungen worden. Der Gehirnchirurg Henry Perrone in Ian McEwan's Saturday liest nur ungern. Also wird er kaum poetische Sätze denken, sondern in neurologischen Kategorien. Er ist ja Gehirnchirurg, wie es bei Ian McEwan denn auch geschieht, so auch in Ian McEwans Atonement. Wo der Medizinstudent Robert Turner den Liebesakt mit Cecilia Tallis in dem gemäß medizinischen Vokabular wahrnimmt. Aber ganz verhalten, nicht aufdringlich. Wie nebenbei. Sodass man es beim ersten Lesen erst gar nicht bemerkt. Überhaupt ist Ian McEwan einer jener Masters of Today, von denen man endlos viel lernen kann. Man denkt ja an das Atmosphärische, das jedes Buch dringend braucht. Etwa das in und aus sich schon dramatische Venedig und die klaustrophobische Dialogregie in Ian McEwans Trost von Fremden. The Comfort of Strangers. Ian McEwan spricht in einem Interview von der herrlichen Freiheit, die Romanautoren im Laufe der letzten drei, vier Jahrhunderte für sich erfunden haben. Und diese Freiheit, die gilt es zu nutzen. Sie ist die Tradition, die man daher auch genau kennen muss. Ein Autor ist nichts ohne Tradition. Weiter. Ein Autor ist nichts ohne die ganze Tradition. Einmal sagte jemand zu James Joyce, wir Futuristen haben keine Vergangenheit und Joyce erwiderte und keine Zukunft. Also ist mit Toni Morrison formuliert ein Autor immer zuerst Leser und bleibt es ein Leben lang. Dabei schließt jemand wie Joyce oder Toni Morrison nichts aus, ist immer inklusiv, da man von jedem lernen kann. Wie macht sie, wie macht er das, ist immer die Grundfrage dabei. Schreibratgeber sind meist verzweifelt oder erheblich, weil sie nur bewährte Schemata bereithalten, die die Identität des jeweiligen Autors untergraben. Man lernt am besten von anderen Schriftstellern, was man selber auch schreiben möchte. Und was man selber am liebsten lesen möchte, ist immer auch das, was man am besten auch schreibt. Ich jedenfalls habe noch von keinem Autor gehört, der etwas schreiben wollte, was er von Grund auf hassen würde. Selbst Michel Uebec liebt, was er schreibt. Jedes Geschmacksurteil steht uns dabei nur im Weg. Geschmack ist die Sache von Literaturkritikern. Wer einen Roman nicht mag, sollte sich fragen, habe ich ihn auch verstanden. Aber auch wer einen Roman sehr bewundert, hat ihn noch lange nicht verstanden. Ich habe bis heute nach siebenmaliger, achtmaliger, ich weiß nicht wie vielmaliger Lektüre Lolita immer noch nicht ganz kapiert. Ich werde damit nicht fertig. Das ist das Beste, was einem Roman und zugleich einem Leser passieren kann. Bei jeder Lolita-Lektüre wird man zum Detektiv, der Inhalt und Form dieses Romans bis in die dunkelsten Adjektivwinkel hinein ausforscht. Weil Inhalt und Form hier perfekt zur Deckung gebracht, perfekt ausbononciert sind. Also liest man, um zu schreiben. Dabei imitiert man, wie Sadie Smith einmal sagte, niemals. Braucht also auch keine Angst vor Einflüssen zu haben. Einflussangst ist die Erfindung eines Theoretikers und Kritikers namens Harold Bloom. Sie existiert nicht. Der einzige Mensch auf der Welt, der wirklich unter Einflussangst leidet, ist Harold Bloom. Wenn man, wie Sadie Smith, Wladimir Nabokov liest, besser in seinen eigenen Worten, wenn man Wladimir Nabokov inhaliert und wenn man etwas von ihm übernimmt, geht Nabokov doch einen hindurch und wird nie wie Nabokov schreiben, sondern sich Nabokov wirklich zu eigen gemacht haben. Man bleibt immer man selbst. Da kann man machen, was man will. Und was Nabokov einem beigebracht hat, wird auf dem eigenen Blatt Papier nicht Nabokov, sondern das eigene sein, zu dem einem Nabokov verholfen hat. Diese Tradition schließt alles mit ein. Auch die religiöse. Wer meint, der glaube nicht an Gott und könne die religiöse Tradition, die eine Tradition der Bedeutsamkeit ist, rechts, links liegen lassen, sogar herabwürdigen, hat von vornherein verloren. Er verengt seinen Beruf, Schriftsteller, auf seine oft zudem ziemlich langweiligen Meinungen und Vorurteile, die er ohnehin schon mit 50% der existenziell Gleichgültigen in unserer Gesellschaft teilt. Ein Schriftsteller ist laut David Foster Wallace jemand, an dem nichts verloren geht und er bewahrt, was andernfalls verloren ginge. Uns sollte gerade interessieren, was uns fremd ist. Und fremd, fremd ist uns, schauen wir uns nur mal genauer an, zunächst das eigene, Herodot und Homer, der Gottesstaat des Augustinus, die Gnosis Machions, Thomas von Aquines Engelshierarchien, Descartes, Cervantes, Isaac Newton, Lawrence Stern, Jane Austen, Charles Darwin, Dickens, Thomas Pension, Ernest Hemingway, Hans Blumenberg, William Faulkner, Juno Barnes, Elfriede Jelinek, Richard Dawkins, Nora Ephron, ihr könnt hier einsetzen, wenn immer ihr wollt. Wir müssen uns unsere Relation nicht erschaffen. Wir werden nicht in ein Nichts hineingeboren, sondern sind von Geburt an von Bedeutung umgeben, die Herodot bis Nora Ephron für uns geschaffen haben, die wir für uns entdecken, die wir uns erobern wollen. Manche halten in einer Art Innovation, in einer Art Erneuerungswut, die scheinbar überholte, scheinbar abgetane Überlieferung für banal. Doch nicht die Überlieferung ist banal, sondern diejenigen verurteilen sich selbst zur Banalität, die sie für banal halten. Ebenso ist niemand banal. Kein Mensch auf der Welt. Wer andere Menschen für banal hält, ist, pardon, am besten Fall, ein Vollidiot. Den viel zitierten Jedermann, den gibt es nicht. Die unstillbare Neugier, was andere Menschen betrifft, so John Didion, macht die Schriftstellerin slash den Schriftsteller aus. Alles andere ist akademische Überheblichkeit. Und die wird in Theorieseminaren an den Universitäten schon bestens bedient. Sie blicken von der Theorie auf die wirkliche Welt herab, glauben aber zugleich, dass es zwischen ihr und der wirklichen Welt keinen Unterschied gibt. Doch es gibt ihn, nämlich in der wirklichen Welt. Diese Anmaßung macht uns einem Menschen alles Mögliche. Einen hoch abstrakter, hinschwadronierenden Stammtischbruder oder Privatdozenten, aber bestimmt keinen Schriftsteller. Theorie, Abstraktion, führt im schlimmsten Fall zu den großen Lügen der Ideologien, von denen Goebbels sagte, man müsse sie nur oft genug wiederholen, dann werden die Leute sie auch glauben. Sie führen nicht in die wirkliche Welt, nicht zu Emotionen und Geschichten. Die wirkliche Welt und die Menschen mit ihren Emotionen aber und die Geschichten. Sie und sie allein sind es, die den Schriftsteller begeistern. Dasselbe, was für die althergebrachte Überlieferung gilt, das gilt auch für die Wissenschaften und neue Technologien. Würde sich Don Deleuze zum Beispiel nicht für Kryonik interessieren, hätte er nicht einen der besten Romane der letzten zwei Jahrzehnte, 0K, geschrieben, in dem er die Frage stellt, die uns alle betrifft, was bedeutet es, sterblich zu sein? Ist es wünschenswert, ewig zu leben? Und hier, bei Don Deleuze, ist der Zenit aller Autorenmühen auch schon erreicht, nämlich Bedeutsamkeit zu schaffen, menschlich, existenziell relevantes. Was wir alle miteinander teilen, so etwa auch das Verlangen nach Liebe, das ist sogar hinter einem angeblichen Spannungsroman, wie Denizli Haynes, Sensuifel, der Abgrund in dir als Generalthema verbirgt. Was die sogenannte Trivial-Literatur von der höheren Sphäre in der Literatur unterscheidet, sind zuallererst und zuallerletzt zweierlei, das Klischee und die Behauptung. Don Deleuze würde nie etwas behaupten, hätte er den Satz hinschreiben, es regnete. Natürlich regnet es, natürlich regnet es, es regnet immer und immer wieder, aber wie? Don Deleuze würde uns zeigen, er würde darin schwelgen, wie es regnet, auf welche Weise, in welchen spezifischen Details eine Figur den Regen wahrnimmt. Schriftsteller und Kritiker, die nebenbei diese Namenlose in Namenlos und auch Romane gern haben, sagen oft, streicht erbarmungslos, Adjektive raus. Diese Leute müssen eine tagelange Sauftour mit Ernest Hemingway und Samuel Beckett hinter sich haben. In diesen adjektivlosen Werken schützt man dafür mit Bestimmtheit auf bloße Behauptungen und Klischees, dass einen den Magen umdreht. Neben der Behauptung vermeidet man also dringend Klischees. Emma Klein schildert zu Beginn ihres Romans The Girls, wie eine weibliche Killergruppe ein Haus überfällt, um alle Bewohner umzubringen. Für die Bewohner, die ahnen, was mit ihnen geschehen wird, begreifen auf einmal die schöne Alltäglichkeit ihres Lebens. Und sei diese Alltäglichkeit noch so banal gewesen, jetzt ist es nicht mehr. Und nun, worin besteht diese schöne Alltäglichkeit? Jemand anderer, jemand anderer als Emma Klein würde ein schlimmes Klischee bemühen, wie aus dem Steggaff, sagen wir mal, noch einmal die Sonne auf der Haut spüren. Emma Klein nimmt zwei Details, das erste eher naheliegend, das zweite nicht. Der morgendliche Schluck Orangensaft sich auf dem Fahrrad in die Kurve legen. Dieses sich auf dem Fahrrad in die Kurve legen ist die klischeefreie Detailfindung einer daher großen Schriftstellerin. Ein Satz ist unter den Liebhabern, der Namenlose in Namenlosem Dorfromane besonders belebt und lautet so oder so ähnlich. Diese Autor, diese Autorin schreibt schlicht und tief, was er sie nicht schreibt. Darin steckt die Kunst. Aha. Wirklich. Diese in sich schon trüben, traurigen Sättchen verdanken sich dem Bulimie-Modernismus Hemingways und Raymond Carvers, die in Carvers Fall sogar wieder seinen Willen so viel weggelassen haben, dass man bei ihren Kurzgeschichten bis heute hoffentlich weiß, woran man jetzt ist. Nichts dagegen, nichts dagegen. Aber wer diese Kunst des Weglassens nur zur Norm erhebt, wie es zur Zeit immer noch Mode ist oder wieder Mode ist, hatte nie das rauschhafte Erlebnis, dass Isaac Bershevis Singer heißt. Isaac Bershevis Singer lässt die Kunst des Weglassens weg. Singer sagt Dinge, die er nicht sagen müsste. Er spricht alles aus. Singer sagt Dinge, die wir bereits wissen oder eben zu wissen glaubten. Er ist gerade heraus. Er ist freimütig. Er verbirgt sich nicht hinter Sparsamkeit, Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Das kann inzwischen jeder. Singer schreibt über Sex und Liebe und Sterben und Tod und Seele und Schicksal und Gott, als hätte er selber zum ersten Mal davon gehört. Einer seiner Romane endet in der Bibliothek des Getreidehänders Kalman Jakobi und den Dreisätzen. Inmitten seiner Regale von heiligen Büchern fühlte Kalman sich geschützt. Über jedem Band schwebte die Seele dessen, die er ihn geschrieben hatte. An diesem Ort wachte Gott über ihm. Punkt. Aus. Und genauso wirkt auf die Leser Singers gesamtes Werk. Wer behauptet, er tue sich mit dem Schreiben leicht, der sagt nicht die Wahrheit oder schreibt schlecht. Ich bin mal neben einem Schriftsteller gesessen, ich tue es bestimmt auch nie wieder, der sagte, er hätte grundsätzlich keine Angst. Nein, auch nicht vom Sterben und vom leeren Blatt schon gar nicht. Und ich dachte mir, so sehen deine Bücher auch aus. Sie sind tot. Es hat in der Geschichte der Literatur nämlich keine bedeutenden Schriftsteller gegeben, denen das Schreiben leicht gefallen wäre. Wenn es ans Schreiben geht, ans leere weiße Blatt, wird einem plötzlich sogar die Reinigung der eigenen Toilette zu einem geradezu paradiesischen Bedürfnis. Dies gilt für sogenannte Künstler generell. Zintoretto und Francis Bacon weinten vor Furcht, ehe sie zu malen anfingen. Und zwar jeden verfluchten Tag. Gilbert Keith Jesterton bekreuzigte sich, bevor er sich an den Schreibtisch setzte. Und Charles Baudelaire betet ernsthaft zu Edgar Allen Poe. Wie Michael Krüger einmal sagte, es gehört schon Gnade dazu, einen halbseitigen Brief zu schreiben. Aber warum hat man diese Angst überhaupt? Weil man etwas riskiert, weil man etwas zur Welt bringen, etwas erschaffen will, das so sonst noch nicht da war. Von Gabriel García Marquez über Mario Vargas Jorza bis zu Jennifer Egan und Rachel Kushner. Das anfangen, das ist sie alle in Panik. Selbst den bereits erwähnten Dennis Lehane, den Meister des Thrills, denken wir an Mystic River, denken wir an Shutter Island, selbst Dennis Lehane, dem alles zu leicht zu fallen scheint. Wie Philip Roth kommt noch Dennis Lehane das Anfang immer so vor, als hätte er noch nie ein Buch, ja nicht einmal eine Weihnachtskarte geschrieben. Das nächste Mal ist immer das erste Mal. Es ist grauenhaft. Dennis Lehane's deutscher Verlag Diogenes legt immer solche Karten statt der Lesebändchen mit einem Scherzmerkspruch in seine Bücher und einer lautet als Botschafter an die Leser Seien sie froh, dass sie nicht selber schreiben müssen. Um diese Angst vor dem leeren Blatt zu vermeiden, gibt es zwei Strategien. Die eine ist eher abstrakter, die andere sehr praktischer Natur. Also zuerst mal die abstrakte, die sich auf den Satz bringen lässt Use your fear. Also nutze deine Angst. Die Strategie habe ich übrigens von Benedict Cumberbatch, der sich der verfürchtete Shakes bis Hamlet zu spielen. Er fürchtete sich so sehr davor, dass er bei den Proben keine Zeile herausbrachte. Dann aber sagte er sich Always look on the dark side of life. Hamlet im Stück hat Angst. Ich habe Angst. Ich setze meine Angst. Als die Angst Hamlets um, bringe sie in die Rolle hinein. Angst, Unsicherheit, das Wissen um das Unvorhersehbare sind was ganz Natürliches, das bestens zum Gefühlshaushalt einer Figur passt. Roman nicht mit einer Angst beginnen lassen, Figur umtreibt. Wovor? Zum Beispiel vor ihrem Sohn. Warum? Zum Beispiel weil sie auf seinem Mobiltelefon etwas Schauerliches gesehen hat und jetzt weiß, dass er sie belügt, sie ihn aber nicht damit konfrontieren kann. Doch sie muss es jetzt gleich wenn sie diesen Abend irgendwie überstehen will. Da haben wir jetzt zwei Konflikte und aus einem Konflikt entsteht Handlung entsteht Plot. Den Konflikt zwischen Mutter und Sohn und den Konflikt in der Mutter selbst. So jetzt kommt der praktische Trick. Man vermeidet die Angst vor dem leeren Blatt in dem man immer schon zu schreiben begonnen hat bevor man zu schreiben beginnt. Man recherchiert notiert sich Assoziationen plant plottet und so gereiht man ins Schreiben hinein. Nehmt zum Beispiel ein riesiges Blatt Papier. Mittig platziert ihr die Formulierung eures Themas eurer Figur eures ersten Satzes kreist sie ein und schreibt nun alles drumherum nieder was euch dazu einfällt und verbindet danach diese Gedanken keime untereinander dieser gibt ein Cluster ein Muster aus dem dann auch eine Struktur entsteht so erarbeitet sich übrigens auch Eminem seine Songs das heißt setzt euch erst an den Schreibtisch wenn ihr den Titel die Grundstruktur des Buches und die ersten zwei drei Absätze im Kopf oder gleich auf dem Papier fixiert habt manchen wie mir hilft es auch wenn sie bereits den Schlussgedanken beziehungsweise den Schlusssatz wissen dann schreibt man auch schon auf ein Ziel zu von Robert U Stevenson kann man das am besten lernen er schrieb eine Geschichte oft von ihrem Ende her schon das Ende durchwirkte den Anfang das gab Stevens Sicherheit beim Schreiben und versetzt uns Leser vom irgendwie unheimlichen Beginn an in Spannung hat man nun Anfang und Schluss und einen Plan schreibt man eine erste Fassung ganz rasch nieder schreibt sie sozusagen vom Hals dann eine zweite und so weiter und so fort wie man etwa bei Steven Kings Kurzgeschichte 1408 der ersten Seite von Nabokov Einladung zur Enthauptung oder bei Bliekhaus von Charles Dickens sehen kann bei dem gerade zu erschreckend unleserlichen Anfang von Kapitel 46 Ein Werk entsteht über viele Entwürfe Neu- und Reihenschriften hinweg und durch diese hindurch das vergessen die meisten von uns ja eigentlich alle da wir ja stets das fertige Werk gedruckt als Buch vor uns haben es gaukelt uns natürlich unabsichtlich vor der Autor hätte das Buch in einem Zug niedergeschrieben genauso eben wie es nun in den Buchhandlungen fein säuberlich vor uns liegt dasselbe gilt für kaum korrigierte oder wenig korrigierte Handschriften etwa von Thomas Mann es gibt von ihm nur Reinschriften die Entwürfe und Vorstufen hat er weil er sie nicht mehr braucht er einfach vernichtet anders Robert Musil von ihm sind in der österreichischen Nationalbibliothek in Wien aber tausende Entwürfe erhalten viele dieser Blätter sind mit Schmühl bezeichnet Schmierblatt es war stets eine Vorstufe zu einer Vorstufe zu einer Vorstufe zu einer Vorstufe zu einer möglichen ersten Fassung eines Kapitels des Mannes ohne Eigenschaften diese ersten Fassungen David Foster Wallace nannte sie Nullentwürfe wirken völlig unbrauchbar sind es aber nie David Mitchell hat das Müllproduzieren genannt und dann gesagt dass man diesen Müll poliert bis es kein Müll mehr ist sondern Kunstwerk wie die Werke von Dieter Roth man hat immer schon vorgeplant man weiß immer schon wie es weitergehen könnte es gibt nur wenige Xavier Marias etwa die ins Blaue hinein arbeiten können Planung ist alles man denke an den guten alten Goethe der in dieser Hinsicht sehr sehr jung ist viele glauben Goethe hätte mal einfach so drauf los ausgeschrieben und ruckzuck stolzierte ohne Korrektur schon wieder ein Meisterwerk übers Papier naja ganz im Gegenteil plante sogar jeden Satz voraus zum Beispiel für seine Novelle er hatte zuerst ein Grundschema das er im Laufe eines Tages dann nochmals revidierte und dann ins Reine schrieb das ins Reine geschriebene Grundschema sah nur für den ersten Absatz der Novelle bitte folgendermaßen aus erstens Nebelmorgen zweitens halbbedeckter Schlosshof drittens versammelte Jäger viertens halb gesehenes Gewimmel fünftens des Fürsten Abschied von der Gemahlin dann machte er sich ins Schreiben daraus wurde erstens Nebelmorgen ein dichter Herbstnebel verhüllte noch in der Frühe die weiten Räume des fürstlichen Schlosshofes als man schon zweitens halbbedeckter Schlosshof mehr oder weniger durch den sich lichtenden Schleier drittens versammelte die Jäger die ganze Jägerei zu Pferde und zu Fuß durcheinander bewegt sah viertens halb gesehenes Gewimmel die eiligen Beschäftigungen der Nächsten ließen sich erkennen man verlängerte man verkürzte die Steigbügel man reichte sich Büchse und ein paar Throntäschchen man schob die Dachsranzen zurecht in das die Hunde ungeduldig am Riemen den zurückhaltenden mit fort zu schleppen drohten fünftens das Fürstenabschied von der Gemahlin alle jedoch warteten auf den Fürsten der von seiner jungen Gemahlin Abschied nehmend allzu lange zauderte die Angst vor dem leeren Blatt kann übrigens noch eine ziemlich einfache Ursache haben man nimmt sich zu viel vor Thomas Mann hat nach den Buddenbrooks gesagt es sei für ihn jetzt an der Zeit auf ein Meisterwerk zu sinnen und dann kriegt er bis zum Zauberwerk nichts mehr hin was man neben dem Tod in Venedig heute außerhalb der akademischen Welt noch liest Verlagsleiter und Lektoren kriegen pro Tag an die 10 Manuskripte oder mehr zugesandt ohne dass sie danach gefragt hätten nun lesen sie nicht das ganze Manuskript sondern meist den Anfang wären sie von den ersten 10 Seiten nicht gefesselt lassen sie es oft bleiben manche hören schon nach den ersten drei Seiten zu lesen auf für die ersten Sätze gilt sie müssen den Leser hineinziehen hineinbannen zum sofortigen weiterlesen zwingen das gilt auch für den Beginn eines jeden neuen Kapitels und vor allem für den Schluss eine der stärksten Romananfänge der Hittraturgeschichte lautet viele Jahre später vor dem Erschließungskommando sollte Oberst Daruliano Buendia sich an jenen Fernernachmittag erinnern als sein Vater in Mitnahmen das Eis kennenzulernen Punkt so beginnt Gabriel Garcia Marquez bekanntlich 100 Jahre Einsamkeit was ist in diesem Satz so gut ihr wollt wissen wer dieser Oberst ist worum er erschossen werden soll ob er erschossen werden wird wie es sein kann dass es im heißen Kolumbien Eis gibt und anderes mehr ein großartiger erster Satz aber genügt natürlich noch nicht es muss ein zweiter her es gibt eine Romanfigur in der Pest von Albert Camus die also nicht die Pest sondern die Romanfigur einen ersten Satz hat für einen Roman aber über diesen ersten Satz nie hinaus kommt Garcia Marquez hat einen Macondo war damals ein Dorf von 20 Häusern aus Lehm und Pfahlrohr am Ufer eines Flusses gebaut dessen kristallklares Wasser dahin schoss in einem Bett glatt polierter Steine weiß und riesig wie prähistorische Eier aber das sitzt das fließt das ist wunderbar der Roman der Roman beginnt als säen wir der Neuerschaffen der Welt zu der Roman ist wie nein 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 er ist eine zweite Genesis folgt euch jetzt ruhig mal wie lange Gaffee Marquez brauchte bis er diese Sätze fand Antwort 15 Jahre und er schrieb die erste Seite dann über zehn mal um das fertige Werk ist die Totenmaske der Konzeption so Walter Benjamin und er meinte damit dass man nie erreicht was man sich vorgenommen hat aber man sollte diesem Diktat Walter Benjamins ewig entgegen arbeiten das Buch sei es ein Roman oder eine Erzählung oder was auch immer sollte immer besser sein als die Konzeption also das wovon man ausging und das wird es auch denn Konzeptionen sind im Grunde tote Gebilde die erst im Um und Um Entwerfen und Umschreiben zum Leben erwachen hat man nach langer harter Arbeit eine Idee gefunden und stellt sich bei dieser Idee das Kribbeln im Blut ein das man früher Inspiration nannte dann hat man einen Traum in sich den man allmählich in Erfüllung gehen lassen kann bis flüchtige Heißbüfe notierte sich so lange Ideenkeime dachte sie hin dachte sie her und dachte sie um bis sie sich sagte hey fabelhafte Sache ich kann es nicht mehr erwarten dieses Buch zu schreiben das ist der Punkt der Point of no return erreicht werden muss der Writersblock der Writersblock ist vermutlich das Schlimmste was im Auto dazu gestoßen kann wie es dazu kommt ist nicht so wichtig da die Ursachen von Mensch zu Mensch verschieden sind Joyce Carol Oates von dem man nun wirklich nicht behaupten kann sie hätte in ihrem hoffentlich noch langen Leben wenig geschrieben überwand ihren Writersblock in dem sie einen Monat lang nichts weiter tat als von Hand Zeile für Zeile Herman Mavis Moby Dick abzuschreiben plötzlich schweifte sie ab beim Kopieren und der Writersblock war weg eigene neue Sätze ein Ideenkeime war da ein Writersblock kann entstehen wenn ihr euch mit einer Passage oder einem Gedanken zu lange eine Woche etwa abquält dann solltet ihr euch fragen liegt es an mir oder an der Passage es könnte ganz einfach sein dass ihr die Passage beziehungsweise den Gedanken gar nicht formulieren wollt dann lasst ihn doch einfach weg aus dieser Passage aus diesem Gedanken wird ohnehin nichts fragt euch also immer braucht es das wirklich könnte es sein dass ich das gar nicht drin haben will aber glaube es müsste drin sein fragt euch dann umgekehrt wer sagt und wer schreibt mir überhaupt vor dass das drin sein muss Aristoteles Kate Winslet ihr seid die erste und die letzte Entscheidungsinstanz ihr verfügt über eure Arbeit wie Gott über das Universum am ersten Schöpfungstag andererseits mag es wirklich zentrale Gedanken und Szenen geben die ihr formulieren müsst fällt euch das schwer denkt mal wieder an Vladimir Nabokov der für einen Absatz von Lolita einen Monat brauchte und zu Recht dann nun endlich stolz darauf war essentiell ist dass man seine Schwächen kennt ohne sich darüber zu grämen was man nicht kann kann man einfach nicht dafür verfügt man über Stärken die andere Autorinnen und Autoren nicht besitzen Marcel Proust Gabel Garcia Marquez oder Vladimir Nabokov waren unfähig gute Dialoge zu schreiben also ließen sie es bleiben über Stärken aber sind uns allen bekannt und ihretwegen lesen und lieben wir sie bekanntlich schreiben viele in ihren Anfängen über sich weil sie nichts anderes kennen oder das langweiligste ein Buch das mit einem Schriftsteller als Hauptfigur sich selbst zum Thema hat manche haben Glück wie der ewige Pechfogel Stephen King dem die jeweilige Grundidee für seine Romane oder Situationen erwuchs die er selber erlebt hat die er nur zu Ende denken musste von sich selber ganz und gar absehen zu lernen ist eine Grundvoraussetzung wirklichen Erzählens da man nie so ist wie die anderen die anderen nie so sind wie man selbst Takis Würga hat aus dieser Anfangsschwierigkeit dem über sich selber schreiben weil man nichts anderes kennt eine Tugend gemacht in seinem Roman Der Club nimmt er Details aus seiner Biografie und baut sie zu einer wunderbaren abenteuerlichen Geschichte aus oder John Williams als er Stoner schrieb er ist Professor Williams Stoner und ist es zugleich nicht oder Stephen King als er The Shining unter Daueralkoholeinfluss verfasste und dabei unbewusst sein Alkoholproblem zum ersten Mal so richtig anpackte das Kernproblem von The Shining übrigens das großartige am erschaffen erfundener aber auch historischer Welt in einem Sachbuch ist sich in andere hinein zu versetzen als wären sie man selbst was etwa John Williams in Augustus oder der Historiker Tom Holland vollendet beherrschen seid dabei jedoch wie Julie C. sagt völlig skrupellos alle guten Autoren haben so Julie C. die Lebensgeschichten ihrer engsten Freunde und Angehörigen geplündert aber glaubt nur ja nicht dass sich die daraus gewonnenen Figuren an einem gewissen Punkt aus sich selbst heraus entwickeln dass sie Eigenleben gewinnen werden sie bleiben euch bis zum allerletzten Satz hörig sie sind und werden bis zum Ende nur was ihr aus ihnen macht doch auch wenn man Figuren nicht aus dem Nichts erschafft sondern sie wie Julie C. aus der unmittelbaren Umgebung klaut man muss sie dennoch erfinden David Mitchell hat dafür eine einzigartige Technik entwickelt und die muss ich verraten schreibt fünf Briefe von fünf eurer Hauptfiguren an euch selbst in denen das Leben eurer Figuren in Kurzform zu finden ist und zwar so lieber oder liebe so und so und statt so und so setzt ihr natürlich jetzt auch euren eigenen Namen ein mein Name ist zum Beispiel Holly Sykes ich bin so und so viele Jahre alt etc. und muss dringend etwas loswerden und dann fragt euch wen die jeweilige Figur liebt oder verachtet wovor sie sich am meisten fürchtet welche Leiche sie im Keller waren sie zum letzten mal geweint hat ob sie an Gott glaubt warum nicht und anderes mehr dabei sollte jede Figur in deren Namen und aus deren Perspektive ihr die Briefe schreibt in einer eigenen der Figur gemessen Sprache verfasst sein vulgär salopp oder gewählt und mit all den Floskeln die jeder von uns im Übermaß gebraucht dann schickt ihr die Briefe an einem Freitag oder Donnerstag übers Wochenende an eure eigene Adresse fünf, sechs Tage später kommen die Briefe von Fremden ins Haus die ihr jetzt richtig kennenzulernen beginnt dieser Trick wirkt Wunder Autoren die behaupten sie schreiben eigentlich nur für sich heißen entweder Peter Handke oder leben unter einem totalitären Regime sind also gezwungen für die Schublade zu schreiben oder sie lügen oder sie haben nichts zu bieten was auch andere angehen könnte Autoren schreiben für sich nur Einkaufszettel Literatur ist kein Selfie sondern Dienst am Anderen dazu gehört eine Portion Demut selbst angeblich wenig demütige also modernistische Autoren also die schwerst zugänglichen die experimentellen Schriftsteller wie James Joyce dachten immer an eine Leserschaft als der Zweite Weltkrieg ausbrach war Joyce schwer bekümmert und zwar nicht etwa weil nur Millionen von Menschen sterben würden sondern so seine eigenen Worte weil jetzt niemand mehr Finnegan Zweig lesen wird es ist die Aufgabe des Schriftstellers wie Toni Morrison schrieb eine Geschichte zu erzählen einen guten Plot zu ersinnen der die Leser bei der Stange hält statt ihnen die ganze Arbeit machen und Rätsel lösen zu lassen in einem Rätsel leben wir ja bereits wir leben in einem Chaos selbst in unseren vier Wänden und wenn wir beim Schreiben dem Chaos nachgeben statt es zu ordnen um ihnen Sinn abzugewinnen wozu die Mühe Schriftstellerinnen wie Toni Morrison verachten das Unvermögen dem Leben einen ordnenden Sinn zu verleihen sie wissen dass der Hass auf das Leben der aus diesem Unvermögen resultiert uns ohnmächtig und gefährlich für andere macht Toni Morrison weiter wir müssen einen Stil eine vitale Stimme finden die anspruchsvoll ist und die Leser zugleich verführt elementar lebendige nachwirkende Figuren aber eben auch einen Plot der uns durch das Werk drängt bis wir das Buch nicht mehr weglegen können ein Grundsatz Literatur ist das Leben aus dem man die langweiligen Passagen rausgestrichen hat um die 60% der Romane die weltweit erscheinen haben einen veritablen Ausgangspunkt veritable Figuren eine veritable Botschaft noch dazu aber an einer bis zum Ende durchgehaltenen Handlung Haberts empfindlich und es ist eine Tragödie Romane lesen zu müssen die wegen der Ratlosigkeit ihrer Autoren zerplatzen wie ein angestochener Luftballon man sollte sich also auch darin üben sich regelrechte Thriller Plots mit fortissimo und Melodramatik auszudenken wie Lionel Schreiber we need to talk about Kevin Dennis Lehane Patricia Highsmith oder T.C. Boyer jeder von uns weiß wie Erzählung Handlung Plotting also funktioniert weil wir alle vor dem Fernseher aufgewachsen sind eine gute Übung ist es sich zum Beispiel eine der in sich geschlossenen Miniseries auf Netflix oder wo auch immer anzusehen mit der Handlungsführung und dem Ende nicht einverstanden enttäuscht und frustriert zu sein verdammt jetzt bin ich acht Stunden vor dem Bildschirm gesessen und das ist dabei herausgekommen und sich dann zu überlegen wie man selber die Handlungsführung und das Ende gestaltet hätte man muss für jede Figur die man erschafft und sei es wie Günter Grass einmal sagte die Figur eines Neonazi zumindest Sympathie aufbringen als Grass die Blechtrommel schrieb brachte er sogar für den Gemüsehändler Greff etwas von Liebe auf und man merkt es der rundum gelungenen gereiften Figur Greff den Oran wenn du Soret Eva Menasse denn unbedingt eine böse Figur erschaffen musst dann starte sie mit deinen eigenen Eigenschaften aus die Ratschläge von Günter Grass und Eva Menasse haben zunächst wenig mit Empathie zu tun sondern mit der Herausforderung noch das mir entgegengesetzte von innen her zu begreifen und zu empfinden man kritisiert seine Figuren nicht man erschafft sie Kritiker kritisieren und vernichten Schriftsteller erschaffen der erste große Auto den es gegeben hat der Jachwist hat vermutlich Gott erschaffen der in der Bibel dann die Welt erschaffen hat darum kann William Trevor sagen er liebe die Vorstellung dass es jemanden irgendwo da draußen gibt der Ordnung stiftet und den wir Gott nennen so spricht ein Schriftsteller denn er bringt von Werk zu Werk Ordnung ins Chaos und darum kann Sadie Smith glauben dass Gott der Einzige ist der unsere Verehrung wert ist Daseisten können so Sadie Smith für Gott ja auch das Gute einsetzen das Gegengift zu der Versuchung anderen Leid und Schmerzen zuzufügen altertümlich formuliert die Fähigkeit Böses zu tun die Freude einer Finsternis den Willen zu vernichten das Nein zum Ja der Schöpfung der Kognitionswissenschaftler Steven Pinker hat nachgewiesen dass in der westlichen Welt seit Jahrzehnten diese Vernichtungs- und Verneinungswille wesentlich abgenommen hat warum durch das Lesen von Romanen man sollte täglich erst dann zu schreiben aufhören wenn man weiß wie es weitergeht wie man am nächsten Morgen fortfahren wird hört man an einem Punkt auf wo man stecken geblieben ist bleibt man auch am nächsten Tag stecken der Ratschlag stammt von Hemingway mitten in einem Satz zu enden dessen Fortsetzung man schon kennt und dieser Ratschlag kommt von Stephen King macht so wenige Pausen wie möglich manche Autoren glauben sie bräuchten Spaziergänge und viel frische Luft und wandern dann stundenlang durch ihre Stadt statt zu schreiben reine Zeitverbeutung öffnet das Fenster und schreibt weiter Gustav Lubert und Nabokrov schrieben bis zu 16 Stunden pro Tag Samuel Rushdie setzt sich früh morgens noch im Bademantel an den Schreibtisch und steht nicht mehr auf bis die Sonne in New York untergeht arbeitet eine Woche zwei Wochen in einem durch vergeudet euch powert euch aus wenn ihr in eurer Arbeit so richtig drin seid und dann plötzlich nicht mehr vorwärts kommt schreibt dann eine andere Passage weiter markiert in der Datei die Stelle wo ihr stecken geblieben seid mit einem XY dies ist das Nabokov Prinzip Nabokov schrieb alles auf Karteikarten und wechselte von einer Karteikarte und pro Passage zur nächsten wann immer er wollte ich unterwerfe mich sagte er sich doch keiner blöden Chronologie ich schreibe das und dort weiter was und wo es mir gefällt würde er noch leben schrieb er alles in einem Computer und würde von einem XY mitten im Text wo er stecken geblieben ist zum anderen XY hin und zurück springen lass den Faden nie abreißen Gabriel Garcia Marquez hat einmal folgende Erfahrung gemacht er nahm für ein Jahr nach Vollendung eines Romans Urlaub vom Schreiben als er sich dann an eine Erzählung setzte brachte er nichts zu Papier seitdem schrieb er täglich es geht die Anekdote um dass er einmal die Einkaufsliste seiner Frau Mercedes durchlas drei Auberginen Eier Mehl und so weiter und daraus eine Kurzgeschichte schuf in der dann allerdings keine Auberginen und Eier vorkamen nur Mehl als Metapher für Morgennebel ein Buch zu schreiben hat etwas Unermessliches an sich theoretisch theoretisch kennt es kein Ende also muss man sich ein Deadline setzen aber macht euch nichts vor setzt euch eine Deadline die ihr auch einhalten könnt und haltet sie dann auch ein T.C. Boy der berühmt ist dafür dass er seine Manuskripte stets vor der selbstgesetzten Deadline abgibt prägt er den Satz Deadlines sind nur dazu da eingehalten zu werden andernfalls würden sie Lifelines heißen Kunst kommt nicht von können sondern von müssen jeder könnte seine Autobiografie schreiben die meisten müssen aber und tun es darum auch nicht dieses müssen den sich auf alles ausschreiben erschaffen geht immer vor beginnt euren Tag nicht damit eure Mailbox zu kontrollieren beginnt ihn mit eurer Arbeit am Manuskript Mails lenken ab das Internet lenkt ab das Telefon lenkt ab Kinder lenken ab Hunde Katzen sie können warten das Manuskript kann es nicht als Gabi Garcia Marquez um die Jahrtausendwende Krebs diagnostiziert wurde ließ er sich operieren brachte eine sehr schmerzhafte Chemotherapie hinter sich und kaum dass er zu Hause war begann er seine wunderschöne Autobiografie Leben um davon zu erzählen zwei Jahre lang beantwortete er keine E-Mails keinen Brief empfing keine Besucher und er riss den Telefonstecker aus und jetzt zu einem prekären süffigen Thema meinen Sie Schriftsteller trinken sie trinken weil sie die Furcht überwinden wollen die damit einher geht dass sie sich nicht zutrauen niederzuschreiben was sie im Bunde niederschreiben wollen kurzum sie trinken sich Mut an Besucher Highsmith etwa trank jeden Vormittag während der Arbeit eine halbe Flasche Martini ok warum nicht werden manche jetzt sagen doch Highsmith ist eine Ausnahme weil sie nach dieser halben Flasche mit dem Trinken aufhören konnte Jean Rhys hingegen konnte es nicht wie die meisten sie trinken weiter und am nächsten Morgen musste Jean Rhys das Geschriebene in den Müll werfen Schreibsorgen in Alkohol zu ertrinken ist völlig sinnlos Sorgen lassen sich nicht ertrinken wie Robert Musi sagte Sorgen sind ausgezeichnete Schwimmer Schriftscheid wie John Steinbeck William Faulkner F. Scott Fitzgerald John Cheever oder Dylan Thomas schrieben großartig nicht weil sie sondern obwohl sie tranken Dylan Thomas mag seiner Ertrunkenheit diese oder jene zwielichtige Metapher abgeluchst haben über die wir heute noch berüten und Faulkner hier und da eine wilde Satzkaskade aber das war es dann auch schon der Rest ist Mythos beim Kotzen in Rindstein ist jeder gleich sei er Schriftsteller oder ein Obdachloser während der Niederschrift des großen Gatsby-Tranks Scott Fitzgerald keinen Schluck und es ist sein weltliterarischer Meilenstein geblieben trinkt doch abends nach getaner Arbeit am besten keinen Alkohol damit ihr am nächsten Morgen ohne jegliche Verstimmung weiterschreiben könnt euer Unterbewusstsein wird es euch danken schließt einen Pakt mit eurem Unterbewusstsein bekanntlich braucht das Gehirn Stoff um daran weiterarbeiten zu können während ihr euch von eurer Arbeit erholt Norman Mailer meinte zu Recht vieles werde beim Schlafen erledigt gebt eurem Unterbewussten also stets das Gefühl hey hey du hier morgen früh quick lebendig am Schreibtisch sitzen euer Unterbewusstes wird euch darauf erwidern du wirst morgen am Schreibtisch sitzen sehr gut dann werde ich bereit sein für dich wenn ihr stattdessen abends zur Belohnung zur Flasche und Weißwein kippt dann stellt euer Unterbewusstsein automatisch auf Sommerpause um Walter Benjamin gab den Rat mal wieder man sollte niemals jemanden sein Werk im unvollendeten Stadium zeigen man kann diesen Rat ja mal befolgen aber wenn man ihn befolgt könnte es sein dass man sich ohne es zu bemerken im Falschen verrannt hat Katsuo Ishiguro hat den Rat nicht befolgt und die ersten Kapitel seines Romanes The Buried Giant der begrabene Riese seiner Frau Lorna zum Lesen gegeben und Lorna gefielen die Kapitel nicht und Ishiguro fing von vorn an wichtiger also wäre der Rat früh genug Kritik freundliche wohlmeinende Kritik ertragen und damit umgehen zu lernen Thomas Mann las das täglich geschriebene abends seiner Familie vor und überarbeitete es am folgenden Tag wenn es einem Schriftsteller gelingt den Leser dazu zu bringen das zu wollen was der Schriftsteller wollte dann und nur dann hat er auf der ganzen Linie gesiegt und mit ihm wir die Leser die gefunden haben wonach wir immer suchen ein bisschen Heimat jedes Buch dessen erste Sätze mich packen und nicht mehr loslassen gibt mir die Hoffnung bei meiner Geburt auf dieser Erde erwartet worden zu sein deshalb folgt jeder Autor dem Satz von Augustinus in seinem Kommentar zum ersten Johannesbrief 415 nach unserer Zeitrechnung notiert liebe und mach was du willst schreibt so streng knackt karg wie Peter Stamm aber nie sauber und nie monoton oder schreibt so exzessiv wie Al Kennedy in ihrem blauen Buch wie David Foster Wallace und Thomas Wolfe oder so lyrisch und beklemmend wie Michael und Atschie in Kriegslicht oder Danis Lee Haine in Mystic River so freimütig wie Isaac Bachelbisch Singer und so melodramatisch wie Elena Ferrante und Graham Greene oder mit großer ozeanischer Gäste wie Victor Hugo sucht wie auch immer die größtmögliche Wirkung zu erzielen lasst eure Leser empfinden trefft sie alle mitten ins Herz Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020